hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge russian fishing 4 mit dem underwater frank wir gehen jetzt mal auf die patch notes ein und wir haben jetzt hier im forum alle fische sind jetzt hier im forum bei fisch arten sind die alle drin und das gucken uns jetzt mal gemeinsam an patch wird jetzt verlängert die downtime auf 14 uhr mal sehen wann wann das denn wann die server direkt live sind patch könnt ihr jetzt schon runter laden liebe angler wir freuen uns euch auf eine spannende reise zum nordmeer einzuladen um einigen der bekanntesten salzwasser fischarten nachzustellen dieses update ist ein großer schritt für uns wir beginnen eine reise außerhalb russlands und verlassen zum ersten mal das süßwasser während dieses abenteuers werdet ihr neue angeltechniken innovative auslöst und eine vielfältige auswahl an meeres lebewesen kennenlernen so herausfordernd die entwicklung dieses update war sie war ebenso spannend wir hoffen aufrichtig dass euch das ergebnis gefallen wird während ihr den ozean erkundet werden wir weiter daran arbeiten das gewässer für euch noch interessanter zu gestalten also da wird noch einiges auf uns zukommen genießt die weite des offenen meeres und denkt daran der größte fisch ist der der noch nicht gefangen wurde in den ersten tagen nach dem update kann man bis ran so kann es so unausgewogenen gameplay oder server instabilität kommen wir schätzen und wünschen uns jedes feedback während dieser zeit haben aber verständnis wenn die lieber einige tage auf eine stabilere erfahrung warten möchte also es kann jetzt halt passieren dass es halt zu downtime kommt zu patchen und so weiter auch das bugs auftreten können auf zu neuen ufern und wie immer petri euer fish shop team so jetzt ist das neue gewässer da das europäische nordmeer der zugang ist ab level 34 möglich auf computern also level 34 minimum silberkosten glaube ich 98 silber sowie bei der jama die reisekosten und ich kann euch halt auch empfehlen dass ihr ungefähr 10.000 silber zusammen gespart haben ja könnt oder solltet weil die route die sich halt auch lohnt und die auch das höchste wurfgewicht hat von den ganzen pilg routen weil am anfang angeht ihr halt mit dem pilg routen die ist halt 420 gramm und die kostet 6600 silber so jetzt braucht ihr noch schnüre ihr müsst noch vorfächer herstellen köder kaufen und so weiter eine bootsticket mieten also 10.000 silber sollte man schon zusammen haben auf computern die die mindestanforderungen nicht empfüllen ist der zugang zum europäischen nordmehr nicht möglich also es ist jetzt minimum direct x 11 grafikkarten dass ihr eine direct x 11 grafikkarte mit dem shader 5 minimum habt also wenn ihr jetzt da wirklich richtig alte grafikkarten noch habt kann es halt sein dass ihr die mindestanforderung nicht erfüllt und dann könnt ihr leider zum europäischen nordmehr nicht hin für spieler unter level 34 jetzt kommt das wichtige für spieler unter level 34 wurde die option zum kauf einer angeltour zum nordmehr eingeführt also alle spieler die noch nicht level 34 sind also von level 1 bis 33 können sich die angeltour buchen wo sie fünf stunden das gewässer erkunden können wo sie lai equipment kriegen entweder ja und auch köder und ja und wenn das equipment kaputt geht könnte einfach ein inventar packen und dann ist es wieder repariert also fünf in geben tage fünf real life stunden von level 1 bis 33 und soweit ich jetzt weiß ist diese angeltour können die halt so oft nutzen wie sie wollen ob das später nochmal geändert wird wird da nochmal drüber nachgedacht ob man das limitiert vielleicht auf was weiß ich zum beispiel einmalig oder keine ahnung wird man dann sehen ob das noch angepasst wird ja aber wie gesagt zurzeit ist es halt so ja also unendlich nutzbar das heißt rein theoretisch könnt ihr euch für ein gold das in 1 euro 50 oder für 1000 also knapp 1400 silber könnt ihr diese angeltour buchen und euch denn ja auch hochleveln ist halt so ne also man kann denn schon bis level 34 sich hochleveln für das gewässer europäisches nordmeer sind drei verschiedene pakete mit unbefristeten und unbegrenzten zugang zum kaufverhältig die zusätzlich zum unbegrenzten zugang selbst eine reihe einzigartige items enthalten ja also diese drei pakete die müssen uns noch mal in game angucken da kann ich jetzt erstmal noch nichts zu sagen was da genau drin ist also es ist auf jeden fall unbegrenzter zugang zu dem gewässer enthalten plus noch andere sachen einzigartige items was da genau drin ist müssen uns dann noch mal angucken wenn der server live ist ja 40 neue fischarten wurden im spielentzug die bewohner des nordmeeres das gucken uns hier gleich wie gesagt noch mal auf der seite an die ganzen fisch arten verschiedene also neue angel arten von angel geräten für das meeres an sind jetzt verfügbar und ich glaube auch dass alle neuen fisch arten alles salzwasser fisch arten sind weil es gibt da nämlich zwei kleine sehen auf der karte ja aber ob da fische drin sind weil das ja süßwasser dann wäre keine ahnung können wir dann nochmal testen wenn wenn er wenn die server live sind neue arten verankreten fürs meeres das hat das ganze neue kippen verschiedene köder fürs meeres an sind hinzugefügt zehn neue montagen also es gibt halt pilg routen montagen und es gibt auch diese schweren boots routen um quasi die also den rest der montagen zu nutzen aber mit den schweren boots routen könnt ihr auch die pilg montage nutzen nur mit dem pilg routen könnt ihr halt nur die ersten montage nutzen genau mehrere haken und köder und so ihr könnt halt wirklich mit mehreren ködern angeln was natürlich die bis frequenz erhöht und die fische besser anlockt aber der fisch wird immer nur auf ein köder beziehungsweise ein haken halt beißen der wird also es ist jetzt nicht so wenn ihr jetzt vier haken habt und mit vier ködern das jetzt halt vier fische gleichzeitig beißen das ist so nicht möglich es beißt immer nur ein fisch und es wird auch immer nur ein köder dann abgezogen wenn es ein kunstköder ist dann geht halt ein bisschen verschleiß auf den kunstköder und wenn es naturköder es wird halt immer ein naturköder abgezogen ein fähigkeitsbaum wurde in zug das meeresangeln so jetzt kommt das nächste ding meeresangeln ist erst mal auf null prozent ist ein neuer skill baum die punkte sehen wir auch weiter unten noch wurden komplett zurückgesetzt also ihr könnt jetzt alle skill punkte neu vergeben und bei meeresangeln gibt es insgesamt also wenn man jetzt die stationär rolle und die convention rollen abzieht hat man insgesamt 28 neue skill punkte die man in diese montag in diese kategorie reinmachen kann und das levelt ihr halt zum beispiel mit dem pilg ruten und den bootsruten damit levelt ihr das meeresangeln und ja und die pilg ruten und die bootsruten sind auch nur in norwegen nutzbar die könnt ihr an anderen gewässern nicht nutzen das heißt die ganzen montagen die es da gibt könnt ihr auch an anderen gewässern nicht nutzen und wie gesagt man kann sich noch ein buch kaufen quasi so ein angel guide für das meeresangeln so ein infobuch und damit kann man sich am anfang zum beispiel dann auf 30 prozent boosten einmalig und es ist wirklich immer auf maximal 30 prozent ja also wenn ihr zehn prozent meeresangeln schon erangelt habt kriegt ihr trotzdem nur bis zu 30 prozent und das buch kostet fünf gold oder knapp 10.000 silber also es macht natürlich sinn dass ich am anfang zu holen weil wenn man jetzt auch frequenz angelt hat man die 30 prozent ja in sag ich mal ein paar stunden oder so fünf sechs sieben acht stunden hat man das jetzt zusammen sag ich mal wenn man auf frequenz angelt und diese zeit würde man sich dann halt ersparen und dadurch kann man also dass das hat der vorteil des buches die meeresrekorde wurden den ranglisten also es gibt jetzt meeresrekorde extra reiter sowie stipp rekorde ul rekorde und so weiter gibt es jetzt halt auch meeresrekorde in reiter neue handwerksrezepte wurden implementiert meeresvorfächer schocklieder und neue köder köder zum beispiel könnt ihr als köhler halt angeln und makrele und könnt daraus filets machen kleine filet große filet filet streifen riesige filet oder halt auch die köder fische sie könnten halt köhler und makrele halt auch als köder fisch nutzen was natürlich die köder fische sind natürlich für die für die für die großen fische wie grönland high und sowas alles ein neuer menüpunkt wurde und also und muscheln gibt es auch neue und ihr braucht auch für den für die köhler also auch für die köder fische brauchte kein köder fische einmal weil das sind tote köder fische und aber für die neuen muscheln zum beispiel die ihr dann neues muschelfleisch machen könnt da braucht ihr halt zum beispiel auch wieder dieses professionelle für die tiermesser für die ganzen filet stücken und köder fische braucht ihr nicht das professionelle für die tiermesser da könnt ihr das mit dem normalen für die tiermesser machen neuer menüpunkt wurde unter dem angeschäft entzugt mehresteckel ja da sind jetzt quasi alle zubehörteile drin köder vorfächer rasseln und alles was man so kaufen kann ist jetzt ein extra bereich im shop dazu gekommen mehrere neue stationär und convention rollen wurden hinzugefügt der stationär gibt es zum beispiel die azimuth in zwei farben der glaube ich 27 20,2 kilo und bei konvent ja und und es gibt noch die goliath genau die goliath gibt es noch die geht sogar über die wenger rüber also ist besser wie die wenger und hat sogar eine 30.000er spule wo man halt sehr viel schnur halt rauf bekommt und noch ganz wichtig die pilg routen da könnt ihr eigentlich alle rollen nehmen außer die low profile da könnt ihr wirklich stationär round profile also die baitcars rollen die schweren und convention nutzen aber für die schweren bootrouten die ihr später freischaltet wie gesagt die muss man erst mal im meeresangeln skillbaum freischalten da könnt ihr nur convention rollen nutzen also irgendwann müsst ihr halt euch eine convention rolle holen da kann ich euch zum beispiel auch die cardinal empfehlen die kleinere cardinal mit zwei gang getriebe also wichtig ist halt mit zwei gang getriebe kaufen die kostet 22.000 silber hat eine getriebelast so bis 126 kilo die wir halt und kostet 22.000 silber und die wir halt später dann wenn ihr die bootrouten freigeschaltet habt wäre die sage ich mal so das minimum sage ich mal was man so kaufen sollte pilg und bootrouten sind jetzt im angeschäft erhältlich haben wir ja schon drüber geredet multi color angelschnüre wurden hinzugefügt das ist sehr geil diese schnüre ermöglichen die berechnung der schnur abzugs mit einer genauigkeit von fünf metern also diese multi color schnur die ändert alle fünf meter ihre farbe und somit habt ihr unten auf der spannungsleiste jetzt eine anzeige wie weit der köder von von euch weg ist ja also sei es jetzt in der tiefe oder in der ferne und das könnt ihr auf auf also diese schnüre könnt ihr auf alle angelrouten rauf machen und dann habt ihr immer eine entfernungsanzeige also immer auf fünf meter genau halt die automatisch also dies hat auch nicht billig die automatischen chat benachrichtung von trophäen und seltenen trophäen werden jetzt getrennt dargestellt also man sieht jetzt im chat ob einer eine trophie gefangen hat oder eine seltene trophie also steht jetzt steht jetzt separat dabei früher stand halt immer bei bei einer super trophie trophäe punkt so und so obwohl das ja eine super trophie war und jetzt steht halt wenn ihr eine trophie gefangen hat steht halt trophäe und wenn eine seltene trophie gefangen hat steht jetzt auch seltene trophäe bei allen rollen wurde die schnur kapazität für schnüre mit einem durchmesser von mehr als 0,25 mm erhöht also bei allen rollen passt jetzt ab dieser schnurdicke habt ihr jetzt mehr schnur sei es jetzt bei der wenga bei der tagara bei allen rollen und ihr angelt jetzt mit einer schnurdicke von über 0,25 mm habt ihr jetzt eine erhöhte schnur kapazität wie gesagt für alle rollen gilt das die effektivität der jerkbait montage wurde erhöht also vielleicht kann man jetzt ja auch nicht nur hechte damit sehr gut fangen vielleicht kann man jetzt auch andere fische damit sehr gut fangen muss man dann mal testen die anzahl und die durchschnittsgröße des don kaul barsch wurde am windenbach erhöht das heißt der don kaul barsch wird jetzt häufiger gefangen und er ist auch im durchschnitt größer das heißt vielleicht fangen wir ihn ja jetzt doch endlich mal als trophie das müssen wir auf jeden fall mal ausprobieren in den spieleinstellungen kann nun der sichtfeldbereich fov weiter vergrößert werden dadurch können wir jetzt quasi noch mehr vom bild halt sehen das ist auch eigentlich ganz nice in den einstellungen wurde eine neue optionen zugefügt die es ermöglicht nach dem login direkt im reisebildschirm zu starten das ist quasi wenn du dich einlogst bist du direkt im reisebildschirm das haben sich halt viele gewünscht deswegen haben die das jetzt eingeführt kann man aber auch wieder deaktivieren dass es denn halt so ist wie vorher bei admin wettbewerben ist die liste der spieler in der registrierungsphase jetzt nur noch für den host einsehbar das müssen wir uns ja noch mal anschauen wenn wir jetzt ein turnier aufmachen das betrifft hat nur die streamer die halt admin wettbewerbe in den streams halt machen das betrifft euch jetzt nicht alle spieler haben einen einmaligen kostenlosen reset der investierten fähigkeitspunkte das ist natürlich jetzt auch wichtig wenn ihr jetzt neu spielen wollt ihr kriegt jetzt quasi einen kostenlosen reset und könnt alle eure skill punkte neu vergeben die spielwelt wurde zurückgesetzt also eine fisch migration hat stattgefunden ja das waren die patch notes auf jeden fall sehr krass jetzt gucken uns noch mal ein paar fische an hier haben wir zum beispiel die aus der einer der neuen fische ist jetzt hat auch hier alles hier mit mit beschrieben sie kommen den atlantischen gewässern der europäischen küste und dem mittelmeer vor neben ausschließlich in flachen also es gibt halt wie gesagt 40 neue fische flachen gewässern die außerhalb flache asymmetrische unregelmäßig geformte schalen mit auffälligen und regelmäßigen ringen färbung ist dunkelgrau normalerweise 15 zentimeter in seltenen fällen 20 zentimeter liken wir gleich ich finde sowas geil ich finde sowas geil hier noch eine schöne 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 scholle sieht auch wirklich wunderhübsch aus auch diesen orangen flecken die werden bis zu einem meter lang und sieben kilo schwer in einer tiefe von zehn bis 50 metern auch wirklich ein sehr hübscher fisch wie gesagt guckt euch das ich kann euch den link hier gerne noch mal unter das video reinhauen guckt euch das noch mal in ruhe an der wittling ist eher ein kleiner fisch den fängt man glaube ich auch relativ häufig 30 bis 35 zentimeter ja gut aber fünf kilo das glaube ich schon sehr selten so groß in der barendsee bis portugal nordöstlicher atlantik ja wie gesagt das gewässer befindet sich ja jetzt im nordöstlichen atlantik sozusagen also nur also deutlich weiter im norden von norwegen also wirklich der höchste punkt und da kommt ja dann schon der glaube wie hieß das da ich hatte das mal geguckt auf jeden fall ist da halt auch ein riesengroßes meer und grönland ist zum beispiel denn nordwestlich gesehen im norden von norwegen atlantik kabeljau tiefe von 20 bis 250 metern mit einer größe von bis zu 50 kilo die maximale aufgezeichnete länge betrug 2,2 meter bei einem gewicht von 100 kilo beim fischen auf trophäen deutsch wird eine bodentakelage mit großen köder und großen stücken toter fische verwendet also und das ist auch das ding die schwere bootshut ist bei 100 prozent und der skill der davor ist in tote köder fische also jetzt mal so 90 95 prozent werden vielleicht oder sogar bis 100 prozent ab dann kann man erst die toten köder fische richtig nutzen also mit dieser montage halt blauflossentunfisch der ist interessant der ist richtig interessant also der ist auch 250 kilo zwei meter große exenprale fünf meter ist einer der schnellsten und größten fische also da bin ich auch mal gespannt wie man den fisch drillt da man braucht denke ich mal sehr viel meter schnur ihr seht hier schon der kann abtauchen bis zum meeres oder bis halt 400 meter also das wird glaube ich ein drill den habe ich so auch noch nicht dran gehabt ist also die hier steht auch normaler vielleicht normalerweise in der nähe der oberfläche das ähnlich wie der schwertfisch den kann muss man wahrscheinlich schleppen mit dem boot mit dem köder halt an der oberfläche also ja da habe ich auch mal gespannt also schleppen habe ich jetzt so noch nicht getestet können wir auf jeden fall denn im stream auch noch mal testen also auf jeden fall ein sehr kampfstarker fisch so steinbutt ja auch sehr hübscher fisch bis 25 kilo 40 bis 70 zentimeter lebensraum beträgt 10 bis 70 meter tiefe ja auch wirklich ein schöner fisch ich denke das schmeckt bestimmt auch sehr gut hier stand auch sogar drin mit welcher montage man den zum beispiel an kann hier die isianische kammuschel daraus kann man jetzt einen neuen köder machen aus dieser muschel kann man jetzt einen neuen naturköder machen 5 bis 100 meter tiefe 18 zentimeter gemeiner kalmar auch wirklich ein schöner fisch bis 50 zentimeter normalerweise in tiefe von 20 bis 50 können aber auch in tiefen von 500 meter ja aber da ist da kann man leider noch kein köder draus machen habe ich jetzt noch nicht gesehen schwarzfisch gibt es ja noch den habe ich auch noch nicht beangelt also nicht ob der selten ist tiefe von 100 metern 45 bis 84 zentimeter ja zusammengedrückt der körper gleichmäßig braun braun gefärbt herrigen sei so herrigen sei jetzt wird es interessant der geht bis eine größe von 250 kilo vier meter aber hier steht einzelne exemplare also da wird wahrscheinlich im spiel ein bisschen kleiner sein ich schätze mal so 100 kilo bis 130 kilo aber der wird auch abgehen der wird auch abgehen sieht so ein bisschen aus wie ein weißer heine ein bisschen wie ein weißer hei können ja also der der wird auch interessant wenn ich wenn ich den mal an der rute habe hier ist mal ein kleinerer fisch europäischer seehecht der ist aber wie gesagt sein höchstgewicht 15 kilo der wird halt kleiner sein durchschnittliche länge 30 bis 60 zentimeter also der ist halt wirklich ein bisschen kleiner fußballfisch da ist einer einer der coolsten fische finde ich wie der aussieht sieht so ein bisschen ähnlich aus wie ein anglerfisch aber es ist einer der coolsten fische finde ich so vom vom aussehen her ne tiefe bis 100 meter 80 zentimeter bis 11 kilogramm da habe ich auch mal gespannt also da den mal zu fangen jetzt kommt der grünlander jetzt kommt hier der größte fisch im spiel 7,5 meter kann eine länge erreichen also das ist wirklich der endgegner also den mal zu drillen hier gewicht von mehr als eine tonne ja der fische kann man halt vorstellen wenn man jetzt zum beispiel auch mit dem großen köder fisch natürlich in der tiefe angelt kann der beißen und ich glaube da kann auch beißen wenn man jetzt aus schwertfisch und tun fisch halt schleppt mit köder fisch oder so dass der dann halt auch beißen kann also das kann ich mir schon gut vorstellen das wird auf jeden fall endgegner fisch ich bin gespannt wenn ich da mal einen dran habe wie der sich zu drillen lässt ich glaube wirklich im jetzt bei dem update ist halt auch wichtig wie viel meter schnur habt ihr auf der rolle und dass ihr den fisch halt auch ein bisschen ziehen lassen könnt klar mit bremse zu muss man wahrscheinlich auch dann angeln aber ja das ist ja so hier haben wir noch mal den gestreiften seewolf räuberischer meeresfisch 500 meter kann bis 25 kilo werden 1,5 meter lang ja das ist der seewolf da gibt es auch mehre tiefenrot bar steht er der ist relativ klein ja der ist halt wirklich relativ klein durchschnittliche größe 40 zentimeter einer der der kleineren fische 100 bis 700 meter tiefe aber sieht hübsch aus finde ich sieht wirklich hübsch aus kleiner rotbarsch der wird auch nicht viel größer glaube ich 70 zentimeter fünf kilo 40 bis 50 zentimeter durchschnitt aber auch ein hübscher fisch hier schwarzer halbutt jo schwarzer halbutt jo da bin ich mal gespannt durchschnittlich körpergewicht sieben bis zehn kilo also bei dem fisch das ist wirklich glaube ich einer der seltensten fische da habe ich mal gespannt wie für der an silber bringt so jetzt haben wir den normalen halbutt da kommt nachher auch noch ein video raus wie ich ein troffi halbutt drill das war schon heftiger drill also der scheint so ab 150 kilo troffi zu werden ja hier steht es auf 50 bis 120 kilo und wie gesagt ich hatte ein troffi gefangen über 150 kilo also das war schon das war schon drill auch einer der ja meist gewünschten fische ne so makrele hier wie gesagt köderfisch ne gibt es auch gutes silber also man sollte sich überlegen wenn man jetzt genügend filets oder köderfische hat oder die jetzt gerade nicht braucht sollte man den fisch lieber mitnehmen wenn der shedgröße ist und den verkaufen weil er wirklich gutes silber bringt hier es mags al mutter ne da habe ich auch mal gespannt wieder bis vier kilo wie normale aal also da habe ich mal gespannt da habe ich mal gespannt es mags al mutter auch als größere al mutter bekommen bekommen bekannt kommt im nordatlantik und den angrenzenden gewässern vor häufig vor den küsten norwegens und islands anzutreffen da habe ich mal gespannt seeskorpion quasi finde ich so ein bisschen so ein bisschen ähnlich aus wie eine schläfergrundel ein bisschen hübscher auf jeden fall aber halt auch ein sehr kleiner fisch der sehr häufig vorkommt 65 zentimeter tiefe 60 meter shellfisch ich glaube der bringt auch gutes silber der shellfisch zwischen die größe 70 zentimeter mit einem gewicht von zwei bis drei kilo da habe ich auch schon größer gefangen also shellfisch hatte ich glaube ich schon mit 10 kilo hier steht ja auch größere exemplare reichen eine länge von 1 bis 1,2 meter und wiegen 13 bis 17 kilo weil ich hatte schon zehn meter mit der grundroute man kann auch hier mit grundrouten angeln man nimmt dann meinetwegen die neuen köder wie garnele oder seeringel wurm oder wattwurm und angelt dann vom grund aus vom ufer aus muss man natürlich aufpassen weil auch elbe und flut ist aber man kann vom ufer aus denn mit den ködern halt auch zum beispiel ein shellfisch fangen so blauer wittling haben wir hier noch auch ein sehr hübscher fisch wie gesagt die spiel die fische sehen im spiel sogar noch hübscher aus als jetzt hier auf der webseite also sie sehen im spiel wirklich sehr sehr hübsch aus kleinerer fisch halt 25 bis 40 cm fängt man eigentlich auch recht häufig gemeine miesmuschel daraus kann man auch einen köder machen verbreitet in küstengebieten der nördlichen meere des atlantiks und des pazifiks massenansammlungen von muscheln treten in küstengebieten mit schnellen strömungen auf die außenseite der schale kann dunkel oliv oder schwarz mit abwechselnd dunklen und hellen streifen sein die oberfläche der muschelschale ist glatt und glänzend hat eine runde dreieckige form eine ausgewachsene muschel kann 15 cm lang werden und die könnt ihr halt auch herstellen dann haben wir hier noch den grenadierfisch grenadierfisch ja auch ein kleiner speisefisch dorschartig auch sehr klein glaube ich ne oder 40 bis 60 cm also klein ist er gar nicht so jetzt haben wir noch seite 2 aber da sind wir auch gleich durch lump gibt es ja noch der wird auch relativ groß 30 kilo dadurch glaube ich auch schon 17 kilo gefangen ja auch ein schöner fisch ne guck mal noch dornhai der wird leider nicht so groß dass halt ein kleinerer hai bis zu zwölf kilo ne hatte ich glaube ich auch schon mit drei kilo gefangen ich glaube drei kilo war auch schon chatgröße gab aber sehr gutes silber also der fisch bringt wirklich sehr gutes silber ne auch ein schöner fisch auf jeden fall haben wir noch den blauen seewolf ne das halt noch mal eine andere farbe 1,5 bis 20 kilo 500 meter tiefe haben wir noch den gefleckten seewolf 500 meter der wird sogar noch ein bisschen größer bis 30 kilo sogar sieht auch ein bisschen bulliger aus ne aber den den habe ich glaube ich auch schon gefangen ja an der testversion arktischer rochen auch ein sehr hübscher fisch aber ich weiß ja nicht wie schwer der hier wird ne hier steht halt 110 zentimeter ist jetzt glaube ich für den rochen nicht allzu viel also 110 zentimeter ist da glaube ich nicht allzu viel aber sehr hübscher fisch bin auch sehr gespannt wenn wir den fangen europäische sardine also ein kleinerer fisch ne 15 bis 20 zentimeter den fängt man auch relativ häufig den habe ich auch im fjord wie gesagt beim pilken sehr häufig gefangen so da gibt es ja noch blaulängen das ist ein sehr seltener fisch der in echt ganzjährig unter naturschutz auch steht wirklich ein sehr seltener fisch 155 zentimeter 30 kilo ja 15 bis 500 meter tiefe meeresboden fisch so köhler ne daraus können wie gesagt dann filet und köhler fisch machen der wird sogar bis 30 kilo hatte ich vorhin schon gelesen 60 bis 90 zentimeter lebt in tiefen von 250 metern ist wie gesagt der seelachs ne man kennt ihn hier in deutschland und der seelachs den köhler ähm sehr schmackhafter fisch auf jeden fall wird halt häufig als köder für für heilbutt genommen so jetzt könnt ihr jetzt geht's los schwertfisch leute schwertfisch 3 meter 600 kilogramm 6 meter also hier steht auch wie schnell der schwimmt 100 km h 100 km h also da bin ich mal gespannt wenn der auch der springt ja auch aus dem wasser junge junge das wird ein endgegner fisch das wird wirklich ein endgegner fisch da haben wir hier noch pollack war ja auch ein sehr häufiger fisch 130 zentimeter 20 kilo ungefähr durchschnittlich 70 bis 75 zentimeter 50 bis 200 meter ja ist halt auch ein schöner fisch und der ist halt sehr häufig dann gibt es hier noch den gotteslachs den habe ich auch schon mal gefangen äh sehr schöner fisch auch sehr viel silber wert äh wird hier bis 2,3 meter 270 kilo ist so sieht so ein bisschen aus wie ein mondfisch ne so ein bisschen aus wie ein mondfisch aber wirklich ein sehr hübscher fisch und gibt gutes silber ne dann haben wir noch rotbarsch das glaube ich die größte variante bis 15 kilo das war auch der dem wir glaube ich im trailer gesehen haben also nicht diese kleinen rotbarsche oder diese tiefen rotbarsche das glaube ich der für stehen wir auch im trailer gesehen haben da haben wir noch mal krillen hecht auch ein kleinerer fisch kommt recht häufig vor kann man ganz gut auf frequenz angeln im fjord seeteufel ist der letzte fisch jetzt hier dann haben wir alle 40 fisch hatten durch kann bis zu einer tiefe von 3500 meter abtauchen lebt auf dem meeresgrund das ist quasi der liegt so platt auf meeresgrund die augen sind so nach oben ausgerichtet und wenn quasi ein fisch oder eine beute über ihn rüber schwimmt dann stößt er sich vom boden ab und schnappt sich halt sein seine beute ne bis 60 kilo also da den müssen wir definitiv mal fangen die müssen die also das der muss sein gut das soll es dann erst mal gewesen sein wir sehen und hören uns im live stream wie gesagt die nächsten videos folgen gleich ich hoffe mal dass ich das video jetzt noch vorher schnell raushauen kann bevor die anderen videos kommen und dann bis zur nächsten folge euren worte frank danke tschüss